Nummer 1 Liebe Fahrgäste, wegen Bauarbeiten halten die Züge der Linie U1, U2 und U8 heute nicht am Südbahnhof. Fahrgäste mit Fahrziel Südbahnhof nehmen bitte die U-Bahn bis zur Haltestelle Schweizer Straße und steigen dort in die Buslinie 122 um. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 2 Guten Tag Frau Aslan, hier ist Hans Becker vom Jobcenter. Frau Aslan, wir haben eigentlich am kommenden Freitag um 11 Uhr einen Termin. Leider bin ich aber bis Anfang nächster Woche auf einer Fortbildung. Wir müssen also einen neuen Termin ausmachen. Passt Ihnen nächste Woche Dienstag 9 Uhr? Ich bitte Sie deswegen um einen Rückruf. Melden Sie sich bitte im Sekretariat. Telefon 2171 Durchwahl 676 Vielen Dank. Auf Wiederhören. Nummer 3 Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unsere Kundenkarte und kaufen Sie ab jetzt ohne Bargeld bei uns ein. Die Kundenkarte ist kostenlos, Ihre Einkäufe werden am Ende des Monats abgerechnet. Das besondere Angebot für unsere neuen Kundenkartenbesitzer, Sie nehmen an unserem Gewinnspiel teil. Gewinnen Sie eine Reise nach Paris. Weitere Informationen bekommen Sie in unserem Servicebereich. Nummer 4 Sehr geehrte Kunden, besuchen Sie unsere Wurst- und Frischfleischabteilung diese Woche mit Spezialitäten aus Spanien. Außerdem bieten wir Ihnen spanische Erdbeeren und Orangen zum Sonderpreis. Die 250 Gramm Schale Erdbeeren für nur 98 Cent. Das Kilo spanische Orangen für nur 1,29 Euro. Probieren Sie auch unser frisches Gemüse und unsere frischen Gewürze aus dem Mittelmeerraum. Ende von Teil 1 Ende von Teil 1 Ende von Teil 1